Ach du Scheiße. Wie sollen wir die jetzt erledigen? Drücke R, um die Machthut zu aktivieren. Können wir die... Wenn die Machthut aktiviert ist, können wir die einfach nehmen und zerquetschen. Was zum Teufel. Das geht's ja nicht. Und jetzt? Ich schwinde nur einfach. Oder... Ah, da kommen noch ein paar Gegner. Schön. Wie weit ist denn der gerade gesprungen? Wow. Diese Angriffe, wenn die Machthut aktiviert ist, die sind ja wahnsinnig. Wow. Gegner pulverisiert's hier ja, wenn wir... Ey... Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wäre herannahende Projektile ab, indem du mit der mittleren Maustaste blockst, kurz bevor sie auftreffen. Okay. Oh, das muss nicht gut. Das war aber im richtigen Moment. Bei den Projektilen ist das... Ah! Ganz schön schwer. Wir haben eine ziemlich komische Flugbahn. Ja, aber das... Oh, das war's schon. Wow! So. Der Sith-Akolyt kann deine Machtkräfte abwehren. Bezieg ihn durch dein Geschick beim Lichtschwertkampf. Okay. Na dann. Der wehrt sich ja gar nicht. Oh, das war's schon. Hoch! Oh! Tschüss! So, Aufzug. Ah, man kann die Projektile also auch einfach festhalten und dann zurückwerfen. Das geht natürlich eigentlich noch besser als das Blocken. Sieht vielleicht nicht ganz so genial aus, aber... Aber... Ah, weg mit euch! Ah! Ah, verschwinde! Er schlägt mich mit seinem Gewehr und es macht mir so viel Schaden. Er schlägt mich mit seinem Gewehr. Ja. Hm. Mann, oh Mann. Oh. Er hat es überlebt. Das gibt's ja nicht. Oh. Super. So, den müssen wir jetzt offensichtlich hinterher. Aber erstmal erledigen wir diesen einen Soldaten, der da geistesgegenwärtig, wie er ist, gegen diese Kiste läuft. Ah, super. Vielleicht den nächsten Gegner. So. Ich denke, wir haben jetzt genug Machtpunkte gesammelt, so wie es aussieht, um uns ein neues Upgrade zu sichern. Warum ist noch gleich nächstes Holocon? Aber wir gehen jetzt erstmal kurz auf das Machtkräfte-Menü und gucken mal, was wir hier jetzt alles machen können. So. Aktueller Rang. Drücke linke Maustaste, um deine Gegner mit zwei Lichtschwärterangriffen niederzustrecken. Nächster Rang. Lichtschaden wird gesteigert. Kombo wird um einen verheerenden Endschlag ergänzt. Das klingt doch gut. Das nehmen wir uns doch einfach mal. So schnell, wie wir hier Punkte kriegen, ist das ja auch nicht schlecht. Ähm. Die müssen wir irgendwie hoch machen, denke ich. Zumindest ist es so gedacht, so wie es aussieht. Dann springen wir mal hier hoch. Jetzt haben wir Vorsicht. Oh. So. Millimeter-Arbeit hier. Und wieder Erfahrungspunkte. Können wir einfach so ganz locker lässig die ganze Umgebung zerlegen. Ist einfach klasse. Wieder oben machen wir jetzt auch erstmal platt. Ja. Was sollen wir da jetzt machen? Lichtschwertwurf. Okay. Du hast den Lichtschwertwurf freigeschaltet. Halte. Blocken. Und drücke linke Maustaste. Holla. Schön. Puh. Ist aber fies. Ich wollte näher ran. Ja. Jetzt muss es gehen. Ich stütze gleich das ganze Shuttle hier mit. Hohoho. So. Jetzt noch hier rüber. Ich glaube, es war gerade so eine Art Mädchenschrei, was ich hier ausgestoßen habe. Das kann hier auch mal leicht passieren. Wow. Was ist denn das für welche? Nehmen wir doch gleich mal einen Tisch hier. Nimm den Tisch. Und vielleicht noch einen Gegner gekillt. Super. Wow. Was ist das für einer? Ich habe auch was erledigt. Egal. Ist das ein Scharfschütze. Bisschen leicht zu erledigen zumindest. Von nah. So. Geht's lang? Da geht's lang. Okay. Oh, ein Akolyt. Noch ein Akolyt. Super. Ja. Und hier ist der Weg versperrt, so wie das aussieht. Reize. Blöde Mistviecher stirbt. Der lebt ja immer noch. Das gibt's doch nicht. So. Jetzt hat er beide Arme verloren. So weit. Jetzt müsste er eigentlich erledigt sein. So. Schön. Aber ich finde es einfach genial, wie die einfach immer so super wegfliegen. Das ist echt klasse gemacht. Also man kann sagen, was man will, aber die Grafik und das Gameplay von dem Spiel sind wirklich klasse. Das kann man wirklich nichts sagen. Das macht richtig fun hier, die ganze Umgebung zu zerlegen. Ah stimmt, wir können ja die Anker verblochen. Dann machen wir erstmal ein Scharflützenblatt. So. Wir haben hier, glaube ich, diese Machtwut. Diese geniale. Dann setzen wir die doch auch mal ein. Auch wenn wir das jetzt wahrscheinlich hier verschwenden, aber... Wo geht's? Das Fließrecht wurde verhängt. Oh. Teufel. Na. Ja. Da hinten steht auch gleich wieder so ein Kampfläufer. Da müssen wir vorsichtig sein, dass wir da... Der hat sich selbst angeschossen. Das ist natürlich genial. Na. Schieß, 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 schieß. Okay. Und da haben wir, glaube ich, wieder so eine Art Endschlag. Oh. E. Hoppla. So. Leer. Zack. Erledigt. Hat fast die falsche Taste gedrückt. Oh. Wir können hier auch die Projektile zurückwerfen. Wir genau im richtigen Moment blocken geht das. Ah, das müsste jetzt jetzt sein. Na. Und tschüss. Oh, die stellen wir gar nicht davon. Ja.